Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3, die Klonkriege. Wir machen jetzt die letzte Story-Mission, hoffe ich. Ähm, das Zillo-Beast, wo irgendwie alle Pfade gerade hinführen. Weil die ist irgendwie, glaube ich, am Ende aller Stories oder so, ich weiß nicht. Ach, das ist der Epilot, cool. Das Zillo-Beast. Ich gucke mal online, ob wir noch irgendwas anderes haben. Unsere Sebatisten-Ruiden sind auf dem Planeten Malastare eingefallen, der Heimat der eigenartigen Dux. Die Republik erkennt darin die Chance, eine neue Bombe zu testen. Sie soll Ruiden zerstören, ohne verbündete Truppen zu beeinträchtigen. Kommen da was? Nein, gut. Kurz der Epilot. Das ist, dass Zillo-Beast einfach hier schon freigeschaltet haben und wir das für das andere noch was machen müssen. Also wir haben noch eine Missione wie im Hauptschiff. Vielleicht können wir die von hier nicht ausführen. Und die Koppel, die können wir nur ausführen, weil wir die schon gemacht haben eben gerade. Also in der letzten Part. Okay, wir haben ja wieder Krieg zu tun. Und cool. Geld ist mir relativ egal, aber wir können sie sich leisten. Oh, okay. Weil wir wissen ja, dass Geld für uns keine Bedeutung mehr hat, weil wir schon so viel tausendfach bekommen. Aber hier müssen wir ja schon relativ viel sogar sammeln. Ah, okay. Es werden alle markiert. Aber trotzdem war das Level ja wirklich nicht so wirklich lang, ne? Weiß ich nicht. Bestimmt dunkle Macht können wir hier auch direkt in der Story schon verwenden. Ich hoffe, dass das Spiel nicht wieder crasht. Für das Ding hier brauchen wir wahrscheinlich wieder Robo Nino. Na ja, das ist so ein Stromding haben wir natürlich nicht. Da ist so wie zwei im Boden drin, wie es scheint. Kurz mal zerschöneln müsst. Ja, so ein großer Fan bin ich nicht von diesen Missionen, wenn ich ehrlich. Aber ich glaube, hier kann man richtig Asche holen. Wie man es drauf anlegt. Gucken, ob wir alles bekommen können. Schießt nur auf deine eigenen Leute, gar kein Problem, ein guter Freund. Na, der macht leider keinen Schaden. Aber ich glaube, hier würde ich eine Kanone hinpacken und einfach da rüberschießen. Oder wir wollen noch einen Laserpanzer. Mal gucken, wie wir das hier in der Hand haben. Eine Million haben wir schon mal. Vielleicht kriegen wir ein paar Millionen hier raus. Wird mir einfach gut gefallen. Ja. Ist geil, dann kann ich schon kaputt machen. Nächstes Spiel. Asis. Dachte so, hey, jetzt kriegt er schon wieder was, was er nicht machen kann. Aber, nicht mit mir, Freunde. Denn ich habe schon viele rote Steine gekauft. Aber wie gesagt, erstmal hier alles umfahren. Gucken, was wir alles bekommen. Vielleicht kriegen wir auch ein paar mehr Minikits schon. Ja, ich fühle es ja, wenn man... Ja, danke dafür, dass du kaputt gehst. Okay, hier soll noch irgendwas sein. Könnte ich hier mal schon zerstören. Ja, das kann ich hier mal kaputt machen. Ich glaube, mit zwei Fähigkeiten kann man relativ schnell Schaden machen, wie es scheint. Ich habe keine, was die hier rufen. Auf jeden Fall haben die es gleich nicht mehr. Vielleicht nicht so gut, wenn wir es noch zerstören müssen, ne? Okay, hier sind auch noch Speederbikes. Passt ganz gut für mich, dann kann ich die gleich benutzen. Um weiterzufahren. Ja, nicht kaputt gehen dein Ding. Ja, hier können wir noch Schaden kaputt machen. Was ist hiermit? Achso, okay, ich bin verstehend. Ihr packt doch ran, danke. Meine Güte. Okay, kann ich holen. Perfekt. Das können wir uns nämlich schnell bauen. Keine was wir hier bekommen. Anscheinend kein Minikit, weil... Ja, sonst würde es mir angezeigt werden. Ist ja irgendwas mit R2. Kann sein, dass wir natürlich die Sachen nicht bekommen, weil irgendwie zwei sind ja am Boden drin. Und vielleicht ist das mein Problem. Okay, eins ist hier hinten irgendwo. Was, was, was einfach random in der Gegend rumstellt, da habe ich einen übersehen oder so. Ja, das habe ich schon über den übersehen. Gut. Was haben wir denn hier? Wo sind wir überhaupt gerade? Ich glaube, ich bin schon wieder ein bisschen festgefahren gehabt. Okay, hier. Und hier sind noch welche Fahrzeuge, die ich zerstören soll. Das ist ja schön, dass wir mal gucken, was passiert. Panzer kann ich mir selbst noch kaufen. Okay, sechs Stück soll ich zerstören. Jetzt habe ich das alles eigentlich kaputt gemacht. Da vorne ist irgendwas. Das können wir, glaube ich, einfach holen. Weil zur Not holen wir jetzt einfach irgendwie so ein großes Ding und... Okay, das hat schon geklappt. Also wenn es gut läuft, kriegen wir hier schon fünf Minikits. Also fünf mindestens sollten wir kommen, weil hier ist jetzt noch eins. Vielleicht kriegen wir sogar sechs. Und eins kriegen wir noch durch das andere kaputtbare Ding, wenn wir das noch einsammeln können. Ich kann natürlich auch einen Panzer klauen und den anderen anschließen, aber... Der wird mir sowieso wieder weggenommen und... Ja, lohnt es dir auch nicht so sehr, glaube ich. Oh, wir haben sogar schon großen hier rumlaufen. Gut zu wissen. Und da kommt schon der Nächster an. Irgendwo? Ist er ja schon. Der Nächster ist oben schon direkt unterwegs. Cool. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwie ein... Ich sag mal, so ein Story-Teil kommt, wo man rumläuft. Kann natürlich sein. Aber es wirkt ja irgendwie schon so, als wären hier irgendwie alle Minikits unterwegs. Na, mal gucken. Und zerstört. Okay, wenn man A drückt, dann ist man irgendwie, äh... Also fliegt man irgendwie hoch. Anscheinend. Ja, gib mal her. So, Freund. Jetzt zeigen wir erst mal, wie es denn geht hier. Ja. Mensch, du musst mir ja gar keinen Charme, ein guter Freund. Warum denn das nicht? Oh, ich treffe es nicht mehr, gut zu wissen. Okay, der ist immer nur kurz betäubt, leider. Bisschen beeilen, damit wir noch pünktlich ankommen, das Geld einzusamm... Um das Geld einsammeln zu können. Was soll ich da vorne, Mann? Das verstehe ich nicht so ganz. Es könnte sein, dass da das R2-Ding landet. Was dahin passiert, weiß ich nicht. Kannst du bitte auch... Also, ich verstehe das Spiel nicht. Du sollst da raufschießen. Danke. Aber die Hitbox von dem... Also, hier funktioniert das da praktisch nicht wirklich. Da hinten ist noch was. Ach, da vorne sehe ich noch was. Da ist noch das letzte von den 5 Dingern, die wir zerstören sollen. So, 6 Stück. Mit ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht noch ein anderes. Aber da habe ich mir nicht sicher. Also, wir müssen ja sowieso alle... Dinger alles zerstören von den Gegnern, ne? Da können wir erstmal aussteigen, gucken, was wir hier noch bauen können. So, gib mal hier Luftunterstütze, Dann geben wir aber so einen Panzer her. Da haben wir sowieso noch. Äh, eine Kaserne, ja, warum nicht? Blasterklone. Was hier noch schön ist? Da haben wir schon so einen kleinen, ja, so einen Walker nehmen wir auch mit. Warum nicht? Was haben wir hier stehen? Ist das hier nicht kaputt machen können wir scheuen? Ne, doch, können wir es kaputt machen, sogar. Ja stimmt, wir sind ja auch unsterblich. Von daher können wir auch hier stehen bleiben und drauf schießen. Okay, ich glaube, es ist kaputt gegangen, also weil ich zu nah drin stand. So, Luftunterstützung, da gibt mir nochmal einen HPP-Läufer. Also, ja, nur Raketen tun, nehme ich alles mit. Das Geld weggehe ich gerade sogar. Geschütze bräuchte ich hier nicht, ne? Schildkern hatte ich auch nicht. Ja, dann geben wir nochmal hier so einen Strahlenpanzer, auch nicht. Dann nehme ich die auch gleich mit und gehe mal auf Jagd. Ja, dann gib mal her. Danke, haben schon auf mir gelandet. Da unten ist noch eins. Okay, da wird noch ein Vieh gerufen. Also mein, ich kann einfach so machen. Hallo, mach doch. So ein Tesla-Koll, okay, gut zu wissen. Okay, das ist nämlich mit, da gibt es richtig Asche. Also richtig, richtig, richtig Asche. Fühle ich. Da sind Schildgeneratoren. Oben ist noch was. Okay, wir haben, kurz zu überprüfen, wir haben hier links irgendwas im Boden, wo ich nicht rankomme aktuell. Hier, falls ich wüsste, wie oder warum. Könnte sein, dass das irgendwas mit dem Robo-Nino-Ding zu tun hat. Da hinten ist das R2-Ding. Dann haben wir da hinten zwei noch. Keiner weiß nicht, dass ich da will denken. Und einen können wir bestimmt noch bauen, ne? Stimmt, hier muss ich das Geld noch einsammeln. Äh, ja, gib mir nochmal den hier. Gib mir nochmal, ach, Schildgenerator, warum nicht? Und hier können wir auch nochmal einen AP-Läufer hinsetzen. Ist hier links noch ein Ding zum Bauen? Ich weiß nicht, wo die Dinger da sind. Also das kann ich wieder zerstören, aber es... Okay, aber warum soll ich das machen? Habe ich davon noch einen Vorteil? Ich kann es einfach nicht mehr benutzen. Ja, okay, gut. Ich denke nicht, dass wir das unbedingt brauchen werden, aber würde mich auch schon interessieren, warum ich das kaputt machen kann. So, gib mal her. Was können wir hier so schönes bauen? Torpedogenator, ja, nehme ich mit. Warum nicht? Strahlenschild, ja, klar. Werde ich niemals benutzen. Äh, geschützt haben wir noch keins von B19. Mit dem ist es natürlich ein bisschen schneller als mit dem, was ich benutzt habe vorher. Hätte ich mir vielleicht eher überlegen sollen. Da brauche ich einen Strahlenschirm, da muss ich noch was hinbauen, okay. Wahrscheinlich kommt dem nachher noch irgendwas. Und ich verballer hier gerade einfach nur richtig Zeit, indem ich irgendwie hier alles mache. Also, Treffen ist gerade eher so minimal scheiße. Bisschen Geld schadet nie. Extras, Minikitspender, klemm ich mit. Äh, die haben wir alle fertig, die haben wir alle fertig, die haben wir alle fertig. Ja, dann packe ich hier noch einen Torpedogenerator hin. Hm. Das war mir gar kein Schaden, Mensch. Welch ein Wunder. Strahlenpanzer, bitte danke. Erstmal hier Strahlenschirm wegmachen. Jetzt könnte ich da schon so Mist hinbauen, aber erstmal mache ich das hier natürlich noch weg. Ich brauche ja auch noch ein Strahlenschild, obwohl es könnte sein, dass hier vielleicht noch ein... Warte mal. Das wird immer noch geschützt, aber hätte ich es sogar nicht kaputt machen können. Oder etwa doch. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, äh, 8-Fach-Punkte können wir es gleich auch sofort kaufen. Strahlenpanzer, bitte danke. Freund, ich kann einen Strahlenpanzer brauchen. Okay. Kann ich da schon bauen? Nee, ich glaube nicht, weil es immer noch da hochsteht. Okay, der schützt nur den Kern. Die geben mal richtig Geld. So, und jetzt kann ich hier hingehen und irgendwas bauen. Wahrscheinlich diese Zillow-Bombe oder... Hier hat keiner, wie die heißt. Okay, einfach nur ein Kreuz gebaut. Fühle ich. Das ist einfach nur eine random EMP-Bombe. Und schnell wieder raus. Nee, du musst auf das Goldene schießen. Das ist ja ganz klar, mein guter Freund. Okay, vielleicht können wir es da unten noch was holen. Okay, nee. Mini-Kids sind hier überall nicht. Ja, ich weiß, dass ich einen Panzer brauche, aber ich habe aber nicht die Option, das zu holen. Okay. Haben wir noch weitere Punkte? Nee. Also aktuell kann ich nur Geschütze bauen. Ich meine, hier kann ich natürlich auch unbegrenzt Geld fahren. Da hinten ist noch irgendwas? Nee, das ist einfach nur kapuzes Ding. Ey, ich verstehe gerade nicht so, was das Ziel hier ist. Soll ich versuchen, einen mit den Jedis festzuhalten? Also, ich brauche einen Panzer, das kriege ich noch gerade so hin. Den Strahlenpanzer. Aber ich kann hier nichts bauen. Also ich habe ja nur die Geschütze. Ich meine, ich kann hier nur mehr Geschütze bauen. Ist das das Ziel? Weil ich kann jetzt nichts mehr machen. Da vorne sind die Speederbikes. Okay, die habe ich vorher nicht gesehen. Vielleicht muss ich einfach mehr Orte finden, wo ich was... Okay, kann ich auch was bauen. Höfstunterstützung klein. Okay, kann ich nicht. Das Geld will ich mich ungenagieren lassen. Okay. Der mag es anscheinend nicht, wenn ich zu nah an ihn ran fahre. Kann hier jetzt was zerstören? Kaserne. Also, ich... Ich verstehe nicht so ganz, was jetzt hier Sache ist. Klar, ich brauche so einen Panzer. Okay. Der steht hier vermutlich nicht einfach random so rum. Aber ich kann hier gerade... Ah, okay. Ich muss anscheinend erst alles freischalten, damit ich das Ding bauen kann. Oder was? Das ist das Ziel. Ich dachte, ich schalte jetzt einfach frei in den Dänen, was ich baue. Na gut, kaputt. Man kann es nämlich nicht. Du brauchst noch mehr. Okay. Sehe, dass ich das nicht einfach so machen kann. Dann brauche ich einfach... Da alles voller Panzer, würde ich sagen. Mal so drei Stück kann ich hier hinsetzen. Moment, kostet ja alles nichts. Na, die ist viel. Ich hätte hier einfach besser mal erklären sollen, was man denn hier tun soll. Oder wie man Sachen freisch... Also vielleicht wurde es auch gesagt. Ich habe es einfach nicht verstanden. Aber für mich lag es nie so, hey, du musst jetzt... Äh... Die Dinger da erkunden, alle. Um dann irgendwo... Mehr Sachen zu bekommen. Ja gut. Wenn du Schiller kann man es natürlich auch machen. Mit einem Mobilé dazu. Sehr gut. Und einer riesigen Milchflasche mit da gewonnen. Okay, das war der Epilog. Fand ich jetzt echt seitdem nicht so cool. Ja, war je. Die müssen wir gleich gucken. Wir haben ein bisschen mehr. 25 Millionen. Okay. Okay, es ist einfach nur braun. Danke für nichts. Ist so, dann können wir es nochmal schnell. Achtfach Punkte kaufen, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir hier den Bodenkampf freigelassen. Ich verstehe nicht ganz, wie man wann was wo freischaltet. Aber wir sind es auf dem Separatistenschiff noch, ne? Ja, vielleicht sollte ich dann noch im Separatisten da hinmal gehen. Helios 3D. Und das war wo? Lass mich kurz gucken. Das war im Separatistengrün. Also jetzt kommen mir die 40 Millionen noch gar nicht so viel vor, wenn ich ehrlich bin. Für den Superspeeder. So, Robo Nino haben wir ja. Kann ich da eigentlich jetzt rüberspielen? Dann töte mich das immer noch. Okay, das töte mich immer noch. Weil das ist so ein bisschen blöd gemacht, dass man da so kaum hingehen kann. Also, dass man da so richtig nah hin muss. Das ist halt echt gut versteckt. Wie wir das hier machen, weiß ich aber immer noch nicht. Wir haben uns auch noch mit Goldstein bauen. Ging, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, wir waren jetzt soweit durch. Ach, zum Glück habe ich dich mit, ne? Ach, verpunkte? Klar, nehmen wir mit. So, und hier gab es gleich noch eine andere Mission, ne? Ja, genau. Schloss des Unheils und, ähm, das eine gab es hier, also eins gab es hier immer noch. So, dann würde ich aber erst sagen, bis zum nächsten Part. Ich war gefreut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.